Bhagavad Gita Einführung Die Hauptkommentatoren der Gita Die Gita wurde oft kommentiert. Betrachtet man die Aussagen der Hauptkommentare und die philosophischen Ansichten ihrer Verfasser, so wird es deutlich, wie sich das ursprüngliche vedische Wissen durch diese Lehre von Neuem entfaltet hat. Von Shankaracharya etwa 788 bis 820 stammt der wahrscheinlich älteste erhaltene gebliebene Kommentar. Nach einer langen Zeit, in der die Lehren Buddhas das philosophische Gedankengut der Bevölkerung Indiens prägten, war es der höchst erstaunlichen Gelehrsamkeit Shankaras zu verdanken, dass die Lehren der vedischen Literatur und die Weisheit der Upanishaden wieder im Gesichtskreis der Menschen Raum einnehmen konnten. Shankara vertrat die Auffassung des Advaita, wonach die Wirklichkeit, das Brahman, nicht dual ist. Er harmonierte seine Ansichten insofern mit denen des Buddhismus, weil er das körperliche Dasein wegen dessen Vergänglichkeit als Asad, als eine scheinbare, nicht reale Wirklichkeit beschrieb. Zum anderen stellte er durch seine Erklärung der Upanishaden vier ihrer großen Lehrsätze in den Mittelpunkt seiner Unterweisungen. Diese vier Lehrsätze werden als Mahavakyas bezeichnet. Aus der Aitareya Upanishad des Rigveda hob er das Sutra Leitfaden hervor, welches seiner Deutung nach das Brahman als das reine, ungebrochene Bewusstsein Pragyanam Brahma anerkennt. Als weiterer Eckpfeiler seiner Philosophie zitierte er die Sutran, diese Seele, das Selbst, ist Brahman, I am Atma Brahma, ich bin Brahman, aham Brahmasmi, und einen durch ihn wohl am bekanntesten gewordenen Lehrsatz aus der Jandokya Upanishad, Tat-Tvam-Asi, das, diese Wahrheit, bist du. Shankara beschrieb das Wesen des Brahman als ewig, unpersönlich und formlos, da es sich jenseits aller Bewertung, Bezeichnung und der Unterscheidung von Subjekt und Objekt befindet. Aus diesem Grund, so schlussfolgerte er, kann man es auch nicht lieben und verehren, Indem er nur das Brahman als real ansah, wies er die gesamte Welt des Wandels als illusorisch und falsch zurück. Brahma-Satyam-Jagan-Mitya Nach Shankara-Acharya entspricht es der wahren Identität des Selbst, sich als nicht verschieden vom höchsten Brahman zu erkennen. Wir selbst sind Gott. Es gibt im Höchsten keine Zweiheit. Gemäß seiner Theorie ist das Handeln als Läuterungsmittel des Verstandes wirksam, jedoch führt nur das Wissen zur Erlösung. In der Einleitung zu seinem Gita-Kommentar beschreibt er das Ziel der Gita als das Erreichen der höchsten Glückseligkeit. Das bedeutet die völlige Aufhebung des Samsara, des immer wieder Geborenwerdens, einschließlich der Ursachen dafür. Nach Shankara erreicht man dies durch den Verzicht auf jede Handlung, obwohl sein eigenes Leben ein Beispiel von enormer Aktivität war. Shankara verfasste zum Ende seines Lebens eine Sammlung von herrlichen Versen, die unter dem Titel Baja Govindam, Verehrer Govinda oder Govinda Astakam bekannt geworden sind. Fußnote 1 Beugt euch verehrend vor Govinda, der höchste Wonne ist, die Ursache der dreifachen Flucht der Zeit, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, der Vernichter der Mängel des finsteren Zeitalters, Kali-Yuga, Vor ihm, der alles sieht, der jenseits der drei Zeiten ist, der Zeit selbst ist, der immer und immer herrlicher auf dem Haupt der Kalia-Schlange in dem Strom Jamuna tanzt, der von dunklem Wolkenglanz ist, der liebliche Geliebte, der die Ursache aller Ursachen ist, anfanglos, selbst der Anfang. Govinda Astakam 7 Ausgabe Basumati, Calcutta ohne Jahreszahl Govinda ist ein geliebter Name Krishnas und die von Hingabe beseelten Gebete lassen in dem Autor einen echten Krishna-Bakta erkennen. Zudem ist Shankaras Braboda Sudhakara, Erwachen, Einsicht des Gottessuchenden, eine brillante Beschreibung der Kindheitsspiele Krishnas, die genau der des Srimad Bhagavatam entspricht. Shankara hat dieses wichtige Werk der Bhakti-Literatur niemals zurückgewiesen. In seinen Hauptwerken jedoch ist dessen Einfluss nicht spürbar. Ein Geheimnis liegt über diesen Preisliedern, die Shankara, dem Widmete, der höchste Glückseligkeit, der Weltenlehrer, Weltbeherrscher, Alldurchdringer und die Grundlage des Universums ist. Denn gleichzeitig ist Shankara auch der Lehrer eines extremen Munismus, da er in seiner Philosophie des Advaita Vedanta das unpersönliche Brahman beharrlich als das Ziel ansah. Fußnote 2 Ich verneige mich vor ihm, Shri Hari, der höchsten Freude, dem ersten Weltenlehrer, dem Herrscher über allem, dem Alldurchdringenden, der Ursache des Universums. Aparo Kshanu Bhuthi von Shankara Acharya Ramanuj Acharya, 1017 bis 1137, hat in seinem Kommentar zur Gita, Bhagavad Gita Bhastia, die Auffassung von der Eigenschaftslosigkeit des Brahman und der Unwirklichkeit der Welt streng zurückgewiesen. Zwar ist nach Ramanujya das Brahman die höchste Wirklichkeit, aber nicht ohne Eigenschaften. In ihm finden sich Selbstbewusstsein, ein bewusster Wille, die Welt zu erschaffen, 10.8, 39, und der Schöpfung Heil zu schenken, Intelligenz, Wahrheit und Unendlichkeit. Das höchste Brahman, das höchste Brahman, Parambrahma, besitzt unbegrenzte Energien, die unbeschränkt wirken. Bewusstsein setzt jedoch ein Subjekt und ein Objekt voraus, die vom Bewusstsein verschieden sein müssen. Die Welt ist keine Täuschung, Maya, sie birgt in sich aber mannigfaltige Gelegenheiten dazu. Gott ist die tragende und erhaltende Kraft des Atmern, wie auch der Atmern der Träger des Körpers ist. Gott ist der innere Lenker, Antaryamin, eines jeden Wesens, der stille Zeuge, Param Atmer, im Herzen aller. Im Brahman sei nicht eine Eigenschafts- und gestaltlose letzte Wahrheit, sondern ein Attribut einer höheren Realität des persönlichen Gottes. Die Philosophie Ramanujas trägt den Namen Vishisht Advaita, unterscheidende Nicht-Zweiheit. Er bestätigt, dass die Lebewesen aufgrund ihrer Eigenschaften als eins mit dem Höchsten angesehen werden können, jedoch im Hinblick auf ihre Größe von ihm verschieden sind. Die Seele gleicht dem Höchsten ihrer Eigenschaften nach, ist aber als sein fragmentarischer Teil von ihm abhängig und kann folglich nicht der Höchste werden. 15.7 Gott und die Seele sind eins, nicht weil die beiden miteinander identisch sind, sondern weil die Seele ein Bestandteil Gottes ist, von ihm durchdrungen und bewohnt wird. 18.61 Obgleich der Funke ein Bestandteil des Feuers ist und dieselben Eigenschaften wie das Feuer besitzt, muss er als von ihm verschieden angesehen werden. Die Seele kennzeichnet das Brahman und bestimmt es näher. In etwas enthalten sein bedeutet aber nicht Wesensgleichheit. Es würden dann ja auch die Mängel der Seele die Möglichkeit der Illusion zu unterliegen, am Brahman haften. Ramanuja erklärt, dass die Seele ein Teil des Brahman ist, da nicht nur Verschiedenheit, sondern auch Einheit zwischen beiden ausgesagt wird. Er führt Er führt neben den Stellen aus den Shastras, die nach Shankara die Einheit von Brahman und Seele belegen, auch die Stellen an, die über die Verschiedenheit der Seele von Brahman Auskunft geben, die unterscheiden zwischen Schöpfer und Geschöpf, Lenker und Lenkbarem, allwissend und unwissend, frei und abhängig, rein und unrein, Fülle und Mangel an guten Eigenschaften. Auch in den Sutren Das bist du, Tattham Asi und diese Seele, dieses Selbst ist Brahman, Ayam Atma Brahma, wird nach Ramanuja die Verschiedenheit zwischen Brahman und der Seele ausgesagt, da von zwei Wesenheiten die Rede ist, der höchsten Seele, Tat, ist gleich Brahman und der Seele, Twam, ist gleich Atman. Die beiden Gruppen von Aussagen in den Schriften, das heißt, die von Shankara herangezogenen und die von ihm unerwähnten, aber von Ramanuja zitierten, lassen sich nur dann wörtlich deuten, wenn die Seele ein Bestandteil des Brahman ist. Die Upanishaden und auch die Gita scheinen bisweilen von der Untätigkeit der Seele zu sprechen und führen an, dass jener das Selbst nicht kenne, der ihm eine Tätigkeit zuschreibt und dass jener sich selbst betrügt, der sich für den Handelnden hält, Katha Upanishad 1.2.19, Gita 3.27, 13.20, 14.19, während in Wirklichkeit die Urmaterie und die Gunas alle Handlungen vollbrechten. Nach Ramanuja bringen die angeführten Stellen aber lediglich zwei Grundmerkmale des Selbst zum Ausdruck. Zum einen kann es nicht getötet werden, Gita 2.17, 20, 24. Und zum anderen werden seine Handlungen im Kreislauf seines in der Weltseins durch seine Verbindung mit und seine Abhängigkeit von der Urmaterie und deren Gunas bestimmt. Gita 2.14, 16, 14.5, 7. Die Philosophie Shankaras behauptet, dass alles Brahman sei und dass Brahman selbst vollkommen einheitlich und differenziert und ohne Individualität sei und Persönlichkeit nur aufgrund von Täuschung Maya aufkomme. Ramanuja betont jedoch, dass die Aussagen der Schriften nur dann einen Sinn haben, wenn die Seele wirklich tätig ist. Schon die Ableitung des Wortes Shastra von der Wurzel Shas im Sinne von Befehlen oder zur Handlung auffordern, spreche für ein tätig Sein der Seele. Anweisungen zu Handlungen, die schließlich dazu führen, die Erlösung zu erlangen, gelten nur einem geistigen Wesen, welches ein Gebot wahrnehmen und befolgen kann, nicht aber der ungeistigen Urmaterie. Ramanuja sieht die Loslösung aus den Bindungen an die materiellen Natur nicht in der Entsagung der Handlungen, sondern in dem Verzicht auf die Frucht der ausgeführten Werke. Er begründet dies damit, dass eine völlige Werkentsagung in der Unwissenheit Tamas wurzelt, weil dadurch nicht einmal die Erhaltung des Lebens im Körper gelingen kann. Auch könne der Verzicht auf das Handeln nur aus Angst vor Anstrengung und nicht den zu erwartenden Schwierigkeiten herrühren. Die Wurzel eines solchen Verzichts ist jedoch Leidenschaft Rajas und Leidenschaft kann nicht die Frucht der Entsagung in Form von Erkenntnis erbringen. Vielmehr sollten die notwendigen Werke verrichtet werden, weil sie den Erhabenen erfreuen. Wesentlich dabei ist aber der Verzicht auf die Frucht der Werke. Diese Entsagung wurzelt in der Güte. Sattva. Ramanuja entwickelt in seinem Kommentar zu Gita einen deutlichen Theismus. Wenn das Lebewesen eine Person ist, kann das Höchste nicht weniger sein und ist daher ebenfalls eine Person, und zwar die Höchste. Ich bin eingegangen in das Herz eines jeden. Von mir stammen Erinnerung, Erkenntnis und deren Verlust. 15.15 Schon Schon wegen solcher Aussagen ist nach Ramanuja der zu verehrende höchste Atman von der Seele verschieden. Solange das Selbst noch nicht das erlösende Wissen besitzt, bleibt Gott auch unerkannt. Dieses Wissen kann erworben werden, wenn wir Gott mit ganzem Herzen dienen. 10.10 und 11. Ramanuja legte bei den drei Wegen, welche die Gita vorschlägt, den Weg der Erkenntnis, des Handelns und der Hingabe, das Hauptgewicht auf Letzteren. Festes Vertrauen in Gottes allbesiegende Liebe und das Sehnen nach einer Verbindung mit ihm, sieht er durch Gottes Gnade erwachsen. In Vishnu sieht Ramanuja den höchsten Gott. Die vedischen Götter sind von ihm erschaffen und dienen ihm in den ihnen zugewiesenen Aufgaben. Das Ziel der Gita sieht er in ergebener Hingabe an Gott und einem Leben in seiner Gemeinschaft. Madhva Ajaria 1238 bis 1317 hat in seinem umfangreichen schriftlichen Werk zwei Kommentare zu Gita verfasst. Er zog die Linie der Unterscheidung zwischen Gott und Seele noch schärfer und verwies dabei auf entsprechende Sutran im Vedanta Sutra. Er legte dar, dass Shankara in seinen Erklärungen der Veden jene Teile und Upanishaden außer Acht ließ, in denen reiner Theismus gelehrt wird und somit das Ziel der Veden nur teilweise herausarbeitete. Madhava vertrat die Philosophie des Dveita Zweiheit, die das ewige Verschiedensein zwischen dem Höchsten und dem Lebewesen betont. Es könne zwischen dem Höchsten und der Seele weder eine partielle noch eine vollständige Einheit geben, da beide ewig Eigenheiten besitzen, Vichesha. Wie schon vorher Ramanuja hob auch Madhava das Omkara, die Silbe Om, hervor. Den Satz Tat Dvam Asi Das bist du legte Madhava dahingehend aus, dass wir Bezeichnungen wie mein und dein aufgeben sollten, da alles der Lenkung Gottes unterliegt. Er stimmte aber mit Shankara darin überein, dass jene Dualität, die der Sinnes Wahrnehmung entspringt, ein illusorisches Bild der Wirklichkeit widerspiegelt. Um sein Verständnis über die Identität aller Dinge zu verdeutlichen, traf Madhava fünf grundlegende Unterscheidungen zwischen dem Höchsten, der Seele, der Materie und ihren gegenseitigen Beziehungen. Von gemeinsamer Identität könne man insofern sprechen, als das Höchste wie auch das Selbst, Atman, Bewusstsein besitzen. Die Gita legt nach Madhvas Ansicht besondere Betonung auf Bhakti-Yoga, den Weg der liebevollen Hingabe. Nimbarka Swami, vermutlich zwölftes Jahrhundert, vertritt die Philosophie des Dveit Advaita, Zweiheit und Nichtzweiheit, welche die Lehre des Dualismus und die des Monismus harmonisierend miteinander verband. Nimbarka erlangte hohes Ansehen unter den Vaischnavas und sah die vorrangige Beziehung der Seele und der Welt zu Gott in der Abhängigkeit von dessen gnadenreichen Willen. In Shri Krishna, der von Natur aus frei von allen Fehlern eine einzige Fülle von restlos schönen Eigenschaften ist, erkannte er das höchste Brahman. Gita 10.12 bis 13 13.13 14.27 Die individuelle Seele ist ihrem Wesen nach Bewusstsein und von Krishna abhängig. Das Brahman ist die Substanz aller Dinge und deshalb sind die Dinge real, wie es die Lehre der Veden offenbart. Nimbarka lehrte, dass Vare Bhakti gleichzeitig das Wissen über das Brahman enthalte, über die Natur der individuellen Seele, die Wirkung, Frucht, der Gnade des Herrn und die Hindernisse auf dem Weg der Erkenntnis. Die Befreiung der individuellen Seele führt nicht zu ihrer Auflösung, denn sie ist sowohl eins mit als auch verschieden von der höchsten Seele. Beide sind ihrem Wesen nach bewusst, Chaitanya, was ihre Einheit aufzeigt, doch ist die individuelle Seele ein winziger Teil der höchsten Seele und somit auch verschieden von ihr. Hingabe Bhakti ist die Grundlage, auf der die Seele Gott erreichen und eine ewige Beziehung zu ihm haben kann. Die Grundzüge seiner Lehre sind in einem zehnstrophigen Gedicht, den Daja Shloki dargestellt. Valabha Acharya 1479 bis 1531 schuf im 15. Jahrhundert den Shudd Advaita. Seine Lehre von der reinen, unverfälschten und ursprünglichen Shuddha, Nichtzweiheit, Advaita, besagt, dass die Welt wirklich ist und keine Verunreinigung der Ureinheit bedeutet. Er führt die Existenz der Welt allein auf Gott zurück. Gott ist Wahrheit und somit kann seine Schöpfung auch nicht illusorisch Midya sein. Auch für Valabha ist Krishna die höchste Wirklichkeit, dessen Körper ganz aus Sajit Ananda sein Bewusstsein Glückseligkeit besteht und der in zahlreichen Formen erscheint, um seine Geweihten zu erfreuen. Gott ist wirklich, es gibt keinen anderen neben ihm. Er ist die einzige Quelle des Universums und aller Seelen, ohne dabei selbst einer Veränderung unterworfen zu sein. Er ist die höchste Person Purushotama und er ist vollkommen. Sein Wille erschafft. Valabha erkennt ebenfalls den Einfluss der täuschenden Kraft Maya auf die Seelen an. Da die Maya aller materiellen Erscheinung innewohnt und die beeindruckende Mannigfaltigkeit des Vergänglichen wie die absolute Wirklichkeit erscheinen lässt. Der Einfluss Mayas verhüllt die ewige ungestörte Freude Ananda die im Wesen der Seele selbst liegt. Die Seele wird jedoch nicht verändert noch ihre grundsätzliche Einheit mit dem Höchsten zerstört. In ihrem reinen ursprünglichen Zustand Shuddha ist die Seele Teil des allumfassenden Ganzen wie die Funken ein Teil des Feuers sind dem sie entspringen. Die Abwesenheit von Gott aufgrund egoistischer Motive lässt die Seele ihre wahre göttliche Natur vergessen. Werden die Handlungen einer Person von Ich und Mein durchwoben setzt sie sich in falsche Beziehungen zu anderen Lebewesen und zur gesamten Erscheinungswelt. Dadurch erzeugt sie ihr eigenes Netz der Täuschung und verfängt sich darin. Valabar sieht in Bhakti der liebevollen Hingabe an Gott das wichtigste Mittel zur Lösung. Dazu bedarf es der Gnade Gottes Er unterscheidet vier Arten der Bhakti. Die reinste Form der Bhakti nannte er Shuddha Pushti Bhakti. Im Singen und Preisen der Namen Gottes entwickeln die Hingegebenen eine starke Zuneigung für ihn. Das erhabenste Ziel der Gita sieht Valabar nicht in Mukti Befreiung sondern in der Liebe zu Shri Krishna und in der Gnade an seinem ewigen Spiel beteiligt zu sein. Gita 9.34 18.65 Selbst Shankaracharya schreibt in seinem Kommentar zu Nadasimha Tapani Upanishad das befreite Seelen will endlich einen Körper annehmen um den Herrn verehren zu können. Mukta Api Lilaya Vikram Krithva Bhagavantam Vajante Diese Besonderheit der Bhakti der liebevollen Hingabe wird Moksha Laguta Krith genannt was bedeutet dass sie sogar den Wunsch nach Befreiung beseitigt. Chaitanya Mahabrabhu 1486 bis 1534 wird von vielen Bhaktas als die wesentlichste Gestalt der indischen Geistesgeschichte angesehen. Er hat keinen schriftlichen Kommentar zu Gita verfasst jedoch haben seine Lehren deren Verständnis nachhaltig beeinflusst. Er sah im Srimad Bhagavatam die reife Frucht der vedischen Weisheit und wies nach dass darin die Philosophie des Ajintya Beda Abeda beschrieben wird. Es bestehen unbegreifliche Ajintya Beziehungen Sambanda zwischen der individuellen Seele und dem gestaltlosen Brahman zwischen der Seele und dem erhabensten Gott Bhagavan zwischen Bhagavan und seiner Bewusstseinskraft Chit Shakti zwischen dieser Bewusstseinskraft und der täuschenden Kraft Maya Shakti und auch zur sichtbaren Welt. Verschiedene Stellen der Upanishaden und anderer Shastras betonen mitunter das Nicht-Getrennt Sein Abeda von Seele und Höchstem andere Stellen wiederum das Getrennt Sein Beda Chitanya Mahabrabhu erklärte, dass es zwischen der Seele und der vollständigen Wahrheit ein unbegreifliches Eins und Verschiedensein gibt. Ajint Yabeda Abeda Untrennbar ist die Seele ein Bestandteil Gottes in ihren Eigenschaften immer gleich, in ihrer Fülle aber von ihm verschieden. Das Ziel des Lebens ist Prima reine und unverfälschte Liebe zu Gott. Sie kann durch aufrichtige Hingabe an ihn, Vakti und das Preisen seiner vielen Namen erlangt werden. Grundlage dafür ist Demut und Bescheidenheit. Folglich sollte das Augenmerk darauf gelegt werden, allen anderen die entsprechende Achtung zu erweisen. In seinen Unterredungen mit Ramananda Rai sah Chaitanya sogar das Erfüllen der Dharma Pflichten, das Darbringen von Opfergaben und das Streben nach Wissen, selbst wenn mit Hingabe vermischt, zwar als wichtig, aber gemäß am höchsten Ziel immer noch als äußerlich an. Die Aussagen der Gita, die das Überwinden der bloßen Pflichterfüllung 18.66 empfehlen und das Aufkeimen der Bargti beschreiben 18.54 sind unverzichtbare Wegzeichen, die auf einen verborgenen Erkenntnisschatz hindeuten, der aber nicht ohne die rechte innere Haltung gehoben werden kann. Dass letztlich alle Schastras zu dem Ziel Prema Bargti, dem erhabenen Austausch liebevoller Gefühle mit Gott hinführen wollen, ist ein wesentlicher Bestandteil der Lehren Chaitanyas. Unpersönlichkeit ist nicht das einzige Merkmal des Absoluten, denn die Upanishaden beschreiben das Tätigsein Gottes und sein Teilhaben am Geschehen innerhalb der Schöpfung als weiteres Kennzeichen seines Wesens. Für ihn stellt weder das Endliche Asad noch das Unendliche Saad eine Begrenzung dar. Er verkörpert Ananda göttliches Glück und das ist mehr als nur die Abwesenheit von Leid. Ananda ist in sich selbst dynamisch, seine Tiefen jedoch vermag niemand auszuloten. Chaitanya Mahababu gab eine die schriften vereinigende Darstellung der verschiedenen Aspekte des Absoluten, die im ewigen Entfaltungsspiel Gottes in der Gestalt zahlloser Avatare ihren lebendigen Ausdruck finden. Die Gita und die Upanishaden betonen an mehreren Stellen die Gleichheit der Wesen vor dem Höchsten. Der Leib verbindet die Wesen mit der Natur und ermöglicht ihnen ein Leben darin. Das Leben in der Natur bedarf einer Ordnung, die aber keine endgültige ist. Diese Ordnung wurde auch von Chaitanya Mahababu respektiert, doch hat er die Verhärtungen aufgebrochen, die sich um die sozialen Beziehungen der Menschen gelegt hatten. Denn zu seinen Schülern und Anhängern zählten gleichermaßen Hindus, Moslems, Aussätzige, Diebe und Straßenmädchen. Sein Leben und seine Lehren sind von der alles umfassenden Liebe geprägt. Er sah in den selbstverwirklichten und Gott hingegebenen echte Weltenlehrer, ungeachtet ihrer sozialen Herkunft. Was immer man auch sein mag, ob Brahmane, Sanyasi oder ein Schudra. Man kann ein geistiger Lehrer werden, wenn man die Wahrheit in den leeren Krishnas kennt. Chaitanya Charitamurita Madhya 8.128 Der Einfluss Chaitanyas entfernte den Staub der Konvention, der sich im Laufe der Jahrhunderte über leeren Krishnas ausgebreitet hatte, die dieser in der Gita verkündet. Die Untertitelung des ZDF, 2020